Gib mir mehr Ansehen. Man kommt schon so weit, der kann ja nicht sein. Selbst ein Merkur ist einigermaßen flott. Die Superfrachter sind langsam, ja, und kein bisschen wendig. Aber die normalen Merkuren sind eigentlich schnell genug, um so ein Sektor gut zu überschreiten. Sehr schön, Paraniden-Nomade, das klingt doch schon mal gut. Gut, dann nehmen wir jetzt mal einfach unseren Silizium-Transporter, der müsste jetzt auf halber Strecke sein, oder zumindest ein wenig weitergekommen sein. Kommande abbrechen, er ist jetzt in Paranid Prime. Also wir machen jetzt Handel, Verkauf zum besten Preis, innerhalb von einem Sektor. Also da ist er jetzt, das heißt er könnte da, da, da und da verkaufen. Gucken wir mal, was er sich als Ziel ausgesucht hat. In Paranid Prime, Produktionskomplex, zielfolgende Raketen. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt mit den Paraniden auch in deren Kernsektoren Handel treiben. Das heißt, ich muss nicht immer manuell das Ganze machen mit dem Hin und Herfliegen und Zielsektoren aussuchen und so weiter. Ich kann jetzt einfach sagen, Kauf in den Minen des Imperators hieß das, glaube ich. Genau, Kauf in den Minen des Imperators ein und verkaufe innerhalb von drei Zielsektoren. Den verkauft er mal da oben, mal da unten. Jetzt ist das Ansehen auch nicht mehr ganz so wichtig. Das Wichtigste war echt nur, dass wir die Möglichkeit haben, in den Kernsektoren zu handeln. So, das Osttor kommt beständig näher. Und wir wollten noch irgendwo unterwegs einen Satelliten ausschmeißen. Auch wenn wir hier ein wenig zu hoch sind. Ich glaube, der kommt da unten gar nicht an. Also sollten wir erstmal in die Ebene zurückfliegen, wo die meisten Stationen sind. Können wir auf der Karte gucken. Die meisten sind hier in der Ebene. Also fliegen einfach da runter. Denn Gott sei Dank sind die meisten Stationen auf einer Ebene ausgerichtet. Und auch die Sprungtore, dass man nicht zu viel hin und her fliegen muss. So, Stopp. 1xF für unsere Frachtluke. Auswurf, ein... Okay. Und jetzt bitte da durch. So, Erztransporter ist leer. Sehr schön. Okay, dann musst du warten. So, da hinten ist schon mal eine neue Sprungtour. In die ungefähr Richtung fliegen wir mal. Ah, der kommt verdächtig nahe. Nö. Na gut, benutzen wir lieber den automatischen... ...Weg dahin. Einfach doppelklick da hinten hin. So. Jetzt wartet noch jemand auf unseren Auftrag. Und jemand anderes hat was zu meckern. Also du erstmal. Du. Handel. Kauf zum besten Preis. Er ist jetzt noch in Priesters Gnade. Ich sage ihm jetzt, er soll zum besten Preis... ...hier unten kaufen. In einem Radius von, sagen wir mal, 3. Dann könnte er auch noch im Erzgürtel kaufen, falls in den Minen des Imperators wirklich nichts Gutes zu holen ist. Kommando akzeptiert. So, jetzt will ich aber gucken, ob er den Sprungantrieb benutzt, um gleich dahin zu fliegen. Noch ist der Priesters Gnade. Also er müsste es eigentlich. Und schwupp. Er ist im Minen des Imperators. Genau so muss das laufen. Daran sieht man, dass sobald diese halbautomatischen Händler einen Sprungantrieb haben, der Handel gleich wesentlich schneller geht. Weil halt das ganze Hin- und Hergefliege gespart wird. Man muss halt nur erstmal die 100.000 Credits haben für den Sprungantrieb pro Schiff. Aber das dürften wir langsam hinbekommen. Ja, 334.000. Kann ich bald die anderen auch aufrüsten. So, wer hat noch gemeckert? Er hat gemeckert. Er hat laut Nachricht nur einen Teil verkaufen können. Das hat Silizium so an sich. Also verkauft doch zum besten Preis die Siliziumscheiben in einem Radius von 3 nochmal. So. Sobald dieser Energietransporter hier seine Energiezellen gekauft hat zum besten Preis, schicke ich ihn auch zum Terracorp Headquarter, um da einen Sprungantrieb zu kaufen. So, stopp, 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 stopp. Wir wollen noch nicht durchfliegen. Wir wollen erstmal hier mitten im Weg einen Navigationssatelliten ausschmeißen. So. Schöne Brotkrumenspur hinterlassen, wie sich das gehört. Und hier gibt es auch nur ein Ost-Tor. Es gibt kein Süd- und kein Nord-Tor. Der Baron-Bereich ist hier recht gut abgesichert. Also hat nicht so viele Ein- und Ausgänge. Wie jetzt zum Beispiel der Argonen-Bereich. Der ist hier ein wenig anders. Die Argonen haben hier oben einen Zugang, da einen Zugang, da einen Zugang und da einen Zugang. So. Königin Hügel ist total grün. Überall ist Nebel, man sieht fast gar nichts. Wir brauchen echt unbedingt einen Triplex-Scanner. Sobald wir irgendwo ein boronisches Ausrüstungs-Doc sehen, mach er mit der Heid. So, du fliegst erstmal da hinten hin. Schmeißt hier, sobald wir ein wenig weg vom Tor sind, die Satelliten aus. Auch wenn die fast nie zerstört werden. Also man kann die wirklich in eine Hauptverkehrsraumstraße reinschmeißen. Also wo halt alle lang fliegen. Also hier schräg runter und da schräg hoch. Und trotzdem donert da keiner gegen. Weil die halt so klein sind. So. Du, warte da hinten. Besitz. Ah, Energietransporter hat seine Energie. Und ist jetzt ganz oben in dem Energiezirkulum wahrscheinlich. Na gut. Navigation. Docke an. Heimat des Lichts. Terracorp Headquarters. Kommando akzeptiert. So. Dann haben wir schon mal gleich zwei halbautomatische Schiffe mit Sprungantrieben. Als nächstes ist dann der Siliziumtransporter dran. Und dann müssen wir weiter gucken. Also hoffentlich hat bis dahin der Sektor-Händler seine Stufe 8 erreicht. Und wir sind angekommen. Zwar nicht da, wo ich gerne wäre. Nämlich an einer Station mit Triplex-Scanner. Aber so soll es auch okay sein. Gucken wir da unten nochmal hin. Genau. Milenaus war ja die Tochter der Königin. Also die Prinzessin. Da sind wir gerade wogegen gedonnert. Das war gar nicht gut. Und genau deswegen habe ich Sinzer normalerweise nur auf 600%. Dann bremen wir mal ganz kurz ab und verlassen unser Raumschiff. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Glaube ich. Und zwar kann man zwar einfach auch in eine Schiffswerft fliegen und sein Schiff da verkaufen. Aber das kostet prozentual von dem Wert des Schiffes richtig viele Credits. Also wenn du ein Schiff hast, das 2 Millionen kostet und die Hülle ist zu 50% beschädigt, dann kannst du auch mal eben 1 Million für die Reparaturkosten ausgeben. Und das ist ganz schön happig. Alternativ macht man es halt wie ich, was teilweise zeitaufwendig ist, aber halt Credits sparend. Steigt einfach aus und drückt mit der rechten Maustaste auf sein Schiff. Dann sieht man hier unten den Reparaturlaser, wie er langsam Energie verliert. Genau, dann müssen wir kurz warten, bis er wieder aufgeladen ist und können dann wieder reparieren. Dauert halt, wie gesagt, eine Weile, aber man spart gerade am Anfang sehr viele Credits. Das war mit ein Grund, warum ich damals bei X3 Reunion nur ganz kurz reingeguckt hatte und gleich wieder aufgehört zu spielen. Also dass es rauskam. Weil ich fand es einfach tierisch frustrierend, wenn man seinen Flieger am Anfang hat. Man fliegt 10, 20 kleine Missionen, um dann Credits zusammen zu bekommen. Und dann wird man einmal stark angeschossen, verliert ein bisschen Schilde und hat dann trotzdem, obwohl man so viele Missionen geflogen ist, nicht genug Credits, um sein Schiff zu reparieren. Das war aber dann zu nervig. Aber das ist bei den meisten Spielen so, die recht anspruchsvoll sind, wo man sehr viel lernen muss. Am Anfang kann man recht schnell abgeschreckt sein. Aber irgendwann kommt man dann doch zurück und versucht herauszufinden, woran es nun wirklich lag. Weil sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen, einfach auszusteigen, um ein Schiff zu reparieren. Das muss man auch erstmal wissen. Und da es kein richtiges Tutorial für sowas gibt, ist das schon schwierig. Aber gut, wir sind gleich soweit wieder auf Maximalhülle. Wir können leider hier draußen auch kein Sinsa benutzen. Weil Sinsa ist ja eine Schiffserweiterung. Und unser kleiner Raumanzug hier hat keine Schiffserweiterung. Schiffserweiterung. Genau. Da passt keine Schiffserweiterung rauf. Britzel, Britzel, Britzel. Naja, und es ist auch übrigens vollkommen egal, wo man mit dem Laser hin zielt. Ich wandere nur zwischendurch mal ganz gerne hin und her als Zeitbeschäftigung. Und weil es ein wenig realistischer ist. Also, wenn das Triebwerk kaputt ist, wenn man die ganze Zeit auf dem Cockpit hält, dann verstehe ich nicht so wirklich, wie das denn repariert werden soll. Aber ja. So, wir sind nahe genug dran. Wir betreten auch das Schiff wieder. Entweder über direkt anklicken und dann Schiff betreten. Oder Shift E. So. Jetzt bin ich noch mehr bestärkt da drin, einen Triplex-Scanner zu besorgen, damit sowas nicht wieder passiert. Also, auch wenn wir wahrscheinlich gegen den Donut sind, weil das Sinsa zu hoch war. Aber allgemein ist ein Triplex-Scanner auch ganz schick. Dann wüsste ich jetzt noch, wo ich ungefähr hinfliegen müsste zum nächsten Tor. Aber da hinten sind Schiffe. Das sieht schon mal gut aus. Also, fliegt mal. Oh, das ist das West-Tor. Okay. Da werde ich wohl kaum das Ost-Tor finden. Hier dann irgendwo? Da hinten sind Schiffe. Okay. Sinsa mache ich jetzt mal nicht an. Ich gucke erst mal, was unsere Transporter so machen. Verkauf zum besten Preis. Erz. Vier Sektoren reicht. Obwohl es jetzt ziemlich egal ist, was für eine Zahl wir da eingeben, da er direkt hinspringen kann. Also könnten wir auch ruhig 20 Sektoren angeben. Das Einzige, was man halt aufpassen muss, ist, dass man in keinem Piraten oder anderartig feindlichen Sektor Satelliten rausgeschmissen hat. Sonst springt er da auch hin. Und das kann recht schmerzhaft werden. Zumal unsere Schiffe noch nicht so gute Schilde haben. Also der Superfrachter hat jetzt zwar vier 25er-Schilde, aber einer mehr würde auch noch reinpassen. Und Drohnen hat er wahrscheinlich auch noch keine gekauft. Das hängt immer von dem Level ab des NPCs, der im Schiff drin sitzt. Ab einem bestimmten Level fängt er halt an, seinen Sprungantrieb zu benutzen. Ab einem anderen bestimmten Level fängt er an, sich Drohnen zu kaufen. Aber ab 8 müsste er das eigentlich alles machen. So, haben wir schon Satelliten ausgeschmissen? Ja, haben wir. Dann könnten wir hier nach Osten gehen, aber ich glaube, es gab auch noch ein Südtor. Gucken wir mal da so hin. Weil das eine Schiff ist hier aus dem Osttor raus und fliegt jetzt da hin. Und da kommen auch Schiffe von Südosten nach Nordwesten. Also könnte da auch noch ein Tor sein. Gucken wir mal kurz die Universumskarte. Ne, da kann kein Tor sein. Schade. Also doch. Durchs Osttor. Da ist das Osttor. So, durch da. So groß ist der Boronensektor auch nicht. Also der ganze Bereich der Boronen hier oben. Im Vergleich zu den Ergonen. Aber dafür haben sie noch mehrere Außenposten etwas weiter außerhalb. So. Hier müsste es aber mehrere Ausgänge geben. Und wir haben auch den doofen Nebel nicht mehr. Das ist schon mal gut. So. Dann klappern wir mal die Stationen ab. Ich hätte gerne einen Ausrüstungs-Dock. Stottmischerei M. Nein. Stottmischerei ist deren Nahrung. Bofu Chemilabor L. Ne, es ist gar nicht. Bofu ist deren Name. Nahrung. Gott verdammt. Stottmischerei M. Wofu war Stott? Stottgewürze. Hm. Weiß ich so jetzt gar nicht. Aber ja. Mit Bofu kann man auch relativ gut Cradles in Baham anfangen. Also allgemein mit der ganzen Nahrung. Das heißt man geht erstmal in den Argonen Sektor. Platziert überall da wo man es denn braucht eine Farm die Fleisch produziert. Und gleich daneben eine Kahuna Presse um daraus was Essbares zu machen. Dann geht man in den Buronen Sektor und macht da das gleiche. Also einmal eine Bofu Gas Fabrik und in eine Bofu Chemilabor. Die beiden setzt man dann direkt nebeneinander die Station und macht daraus ein Komplex. Dann muss man nur Energiezellen reintun und bekommt die Nahrung der Buronen raus. So. Da haben wir schon mal ein Südtor. Sehr schön. Ich hätte aber viel lieber einen Ausrüstungs-Dock. Das ist das wie eine Bofu Fabrik. Ne. Stottmischerei. Da sind auch noch zwei. Ja. Die scheinen die Nahrungsversorgung aber schon gut im Griff zu haben. Also hier wird es sich auf keinen Fall lohnen die Stationen aufzustellen. Und das ist auch so genau so eine Sache worauf man achten sollte. Man sollte jetzt nicht willkürlich in einem Sektor, der gut aussieht, eine Fabrik entsetzen. Man sollte gucken, wie der Sektor selber aufgebaut ist. Also was für Waren da gebraucht werden. Und welche Waren in demselben Sektor und in den angrenzenden Sektoren angeboten werden. Aber das machen wir in der nächsten Phase, wenn wir richtig schön viele Credits haben. Eine genaue Zahl weiß ich noch nicht. Also wie lange ich spielen werde, bis ich mich wieder melde. Ich denke mal so 5 Millionen. Das ist eine gute Zahl. Also in der Zwischenzeit werde ich wie gesagt überall die Navigationssatelliten auswerfen. Ich werde mindestens noch 2, 3 Weltraumhändler, also Universumshändler engagieren. Damit die Credits ein bisschen schneller fließen. Und ja. So, hier werden wir jetzt hoffentlich unseren Triplex-Scanner bekommen. Komm schon, den kriegt man im agonischen Raum ja nicht. Duplex-Scanner. Nein, die haben keine Triplex-Scanner. Das ist jetzt doof. Sie haben ein digitales Sichtverbesserungssystem. Ja, okay, das kann ich mal mitnehmen. Dadurch können wir ranzoomen. Und dadurch haben wir schon Ansehen bekommen. Das ist ja auch nicht schlecht. Profitquelle. Unser Titel ist Profitquelle. Hey, dann sind wir gar nicht mehr im Beronenbereich. Das ist, soweit ich weiß, ein Teladi-Titel. Teladi, Profitquelle. Wir sind zu weit geflogen. Nicht echt, oder? Ich gucke mal ganz kurz. Ja, Seos Baxoid. Das ist Teladi, ein zentraler Sektor. Meine Leos-Grenze war schon das Ende von dem Königreich. Der Beronen. Ja, wie gesagt, echt nicht groß. Aber so weit wollte ich gar nicht fliegen. Die Teladi wollte ich in dieser Phase noch gar nicht erwähnen. Auch wenn ich sie schon öfters mal erwähnt habe. Das ist halt das Pendant zu den Ferengi aus Star Trek. Wo so ziemlich alles erlaubt ist, um Profit zu machen. Aber ich will jetzt erstmal die restlichen Beronen-Sektoren aufdecken. Das heißt, wir gehen nach Menelaus-Grenze, genau hier und fliegen dann da durch. In der Hoffnung, dass Rollx-Los auch noch ein Beronen-Sektor ist. Aber ich glaube, das war er. Und danach werden wir uns dann irgendwo hier in diesem kleinen Beronen-Bereich umgucken müssen nach einem Ausrüstungs-Dock. Denn die Teladi haben ja anscheinend auch keine Triplex-Scanner. Ja, die Paraniden haben einen, das weiß ich. Aber da konnten wir vorher nicht einkaufen, weil wir kein Ansehen haben. Inzwischen haben wir das Ansehen. Nur um da ganz runter zu kommen, müsste ich bestimmt eine halbe Stunde, Stunde verbrauchen. Und das will ich nicht unbedingt. Also, eine gefühlte halbe Stunde, Stunde. So, Rollx-Los. Überall ist grüner Nebel. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und Rollx-Los ist ein äußerer Sektor der Beronen. Schöne Sache. Also, nicht schön wegen dem Nebel, aber schön, weil hier eventuell ein Ausrüstungs-Dock sein könnte. Auch wenn es ein wenig ungewöhnlich wäre. Denn normalerweise sind die nur in Kernsektoren. Haben wir noch einen Navigations-Satelliten? Nee. Auch wenn der nicht wirklich viel gebracht hat. Aber ja, die erweiterten Satelliten später machen dann richtig gut Aufklärung. Also, die haben einen richtig schönen großen Radius. Noch weiter als der Triplex-Scanner. Oh, ein Beronen-Ausrüstungs-Dock. Genau das habe ich gesucht. Und so viel dazu, dass es ungewöhnlich ist. So. Andocken, Triplex-Scanner kaufen. Handeln. Oh, die verkaufen uns doch noch nicht alles. Aber den Triplex-Scanner verkaufen sie uns. Und das ist das Wichtigste. So. Und dann benutzen wir noch gleich mal die Gelegenheit hier, um ordentlich abzuspeichern. Nicht, dass wir wieder gegen irgendeine Asteroiden knallen. Und ich muss schon wieder oben anfangen. Na gut, also ganz oben ist der neueste Speicherstand. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Untertitelung des ZDF, 2020